Darf ich was? Darf ich jetzt vielleicht? Was ist das denn? Okay, weil ich jetzt das Spiel noch starten war, keine Ahnung, oder wartet. Ich kann da mal kurz funktionieren. Ich weiß ja auch voll, ein Verzeichen nach, wenn mir jetzt schon aufgefallen ist. Äh nein, Gameplay. Äh nein, ich will kein S-O-Ton des Doku-Systems. Ah, ja. Weil du tust da wieder anscheinend, wenn du ganz Bock hast, die ganze Zeit zu warten. So, und was ist das? Was ist das für eine komische... ...Anzeige? Das ist das Doku-System. Ich muss ausprobieren, ob ich dann gleich wieder angehalten werde, wenn ich das wieder anscheinend. Ja. Ja. Okay, dann, nee. ...wenn ich das einfach bisschen aushaben bis zur nächsten Aufnahme. Äh... Hier. Und ja. Ich seh' glaub' die Regen wahrscheinlich auch kalt aufzüglich hoch, einfach weil ich das total unrealistisch find, wenn... Ähm, ja. Gibt ja teilweise, die stellen dann die Regen komplett runter, damit's nie regnet. Oder welche, die stellen das so ein, damit's höchstens 10 Sekunden regnet, mal ab und an ganz hinten. Ich find' ich ja das eigentlich ganz gut. Wenn's zu oft regnet, dann werd' ich das natürlich bisschen runterschrauben, aber... ...so wie ich das bis jetzt gesehen hab', so wenn ich immer so 10 Minuten am Stück aufnehme. Ähm, ist das eigentlich ganz gut. So. Also wie gesagt, einfach mal in die Kommentare schreiben, ich muss euch noch 50.000 mal für ausmachen, ich weiß das genau. Sonst bekomm' ich nämlich keinen einzigen Kommentar. Das ist mir jetzt schon von Anfang an klar. So. Also wie gesagt, schreibt jetzt einen Kommentar, wenn ihr das seht, oder ich... ...ich, äh, mach irgendwas... ...schlechtes. Ja. Oh ja, das... ...was ist schon wieder? What the fuck? So, fahr' ich hier irgendwie im Kreis? Hier gibt es echt so viele Stationen. Hier, hier und hier. Ah, und da ist noch... ...oh Gott, da ist noch eine. Und da ist noch... What the fuck? Warum sind hier so viele diese Stationen? Was ist das überhaupt? Muss ich es nicht verlesen. Kann ich da rechts vorbei? Hm, sieht schlecht aus. Ich will lieber nicht probieren, ob man das kaputt machen kann. Okay. Anfang einer Mautstrecke. Bitte Ticket aufbewahren. Ach so. Ah. Okay. Also. Wie die das nicht verstanden haben, was ich hoffen, wie ich keine so blöden Schuhe schaue. Hier fahre deine Mautstrecke an. Und dann bin ich bis hierhin gefahren. Hier muss ich das Secret vorzeigen, das ich hier bekommen habe. Und wir haben gesehen, okay, ich bin so und so weit gefahren, muss ich jetzt so und so viel zahlen. Das hier war eine ganz normale Strecke. Darf ich fahren, wie ich will. Und hier wäre dann wieder eine Mautstrecke an. Jetzt muss ich einfach dieses ganze Stück bis da unten bezahlen. So. Und wenn ich hier bin, fang die Mautstrecke wieder auf. Hier kann ich dann einfach freifahren, ohne etwas zahlen zu müssen. Und wenn ich hier bin, fang die Mautstrecke wieder an. Dann... Ja, muss ich für dieses Stück hier zahlen. Und wieder auf. Und hier kann ich dann einfach nach Vierente fahren. So. Auf dem Weg auf jeden Fall noch fahren. Und wir haben ja schon fast... Ähm, 50.000 war. 50.000 werde ich mir in Kritik für 50.000 holen und unseren ersten Enkel bekaufen. Weil... Ich... Kein Bock habe, dass ich jetzt playe noch. Mit 3 aufrufen... Äh, BZW. 11 maximal. Okay, 11 ist eigentlich ganz... Ganz ehrlich. Ähm... Ich könnte jetzt wieder so upragen. Ich meine, ich habe fast 60 Abonnenten. Ich meine, das ist echt eine Hammerzahl, ey, Mann. Finde ich echt geil. Aber... 11 Aufrufe... Das ist echt scheiße wenig für die Abonnentenzahl. Weil es gibt auch viel schlimmere Fälle, welche mit... 2-300 Abonnenten, die dann... Auch nur 10 Aufrufe haben pro Video. Ich meine, die 11 Aufrufe waren ja eine Ausnahme, ne? Ja, normalerweise viel weniger. Naja. Eigentlich ja nicht so geil, ne? Das finde ich auf 45 scheiße. Oder auch die Like-Aktivität, aber naja. Kann ich nichts machen und... Es passt schon, ne? Ich schrei mal ein Fernlicht an, weil ich... Seh... Nichts. So. Unterstört keinen. Wenn schon, dann werde ich gleich Anschluss bekommen. Wahrscheinlich irgendeine Strafe. Was ist mit Fernlicht gefahren? Oh, ich hab glaube ich gerade in meinem Mikro gepustet. Wäre etwas super optimal. Was vielleicht noch bei einem System würde, was ich auch spielen konnte in Minecraft, aber... Also, wenn ihr unbedingt wollt, dass ich Minecraft spiele. Jetzt bin ich sogar ganz drauf gekommen, ne? Ich meine, das... Mir macht Minecraft einfach keinen Spaß mehr. Das ist eben eine Tatsache, ne? Ähm, ich hab da zu Tode gesuchtet und jetzt macht's keinen Spaß mehr. Das ist mit vielen Sachen so. Wenn man einfach zu viel spielt, dann macht's keinen Spaß mehr. Also, das heißt, wenn... Ihr unbedingt wollt, dass ich unbedingt auf jeden Fall Minecraft spiele. Dann werde ich eine Adventure-Rab spielen. Ja, also... Ne, so, weil es echt nicht so uns... Creative... Ich bin nicht so der beste Bauer. Also, das... Hat sich jetzt etwas falsch angehört. Naja. Oh, ich kann auch... Nein, natürlich nicht. So. Jetzt können wir schon rechts fahren, auch wenn ich einen Scheiß direkt durch den Spiegel sehe. Weil ich so kurz rüber schaue. Aber... Naja. Ist eben so, ne? Da kann man jetzt auch nichts dran ändern. Ich muss ja auch schon wieder ein bisschen mehr auf der Karte freischalten. Ja, fast 4%. Oh ja. Hm. So. Jetzt sind wir da gekommen, wo wir immer sind. Bei der Wüste der Gesprächsthemen. Wenn ich ein Part liebevoll genannt habe. Ich weiß, dass mir keine gescheite Namen für den Parts entfällt. Das brauchte ich mir nicht sagen. Naja. Ja. nicht überlegen lassen. Ich werde mir schon selber was überlegen. Ja, ich lass... Ich lass mir was... Oh Gott. Ich lass mir was überlegen. Ich stelle jemanden an, damit er mir überlegt, was ich jetzt... Genau. Beste Idee. Äther. Ah. Nein, das war ein Witz. Für die ich es nicht verstanden habe. Es gibt ja immer super Spezalfälle. Ich glaube nicht, dass ich für meine kleine Zuschauermenge solche dabei habe. Aber... Ich bin überhaupt nur mal sicher, ne? Man kann ja nie wissen. War ich jetzt ein Tempomat drin? Ich hoffe mal. Der ist irgendwo? Ihhh. Da. 90. So, Tempomat anzeige euch da lieber, weil ich wüsste mir, weil ich das Tempomat drin habe. Ah. Ah. So. Äh. Nur noch 89. Nein! Bitte nicht! Das hat gerade etwas an komisch angehört. Und wieso? Keine Ahnung. Könnte es sein, dass die Anzeige für das Tucklos-System ist, links unten ist? Ganz links unten. Weil die ist irgendwie rot. Also im roten Bereich. Auch wenn der rote Bereich auf der falschen Seite ist. Aber... Ich kenne mich damit einfach überhaupt nicht aus. Also gar nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube, ich trinke inzwischen noch mehr als ich rede. Naja. Ich meine... Das ist mir vorher nicht zuvor gekommen, wo ich länger nichts getrunken habe, weil ich ganz Zeit nur nach wo ich vor geredet habe. Und das kann ich mir ziemlich nervig vorstellen, weil die ganze Zeit nichts geschmackt im Mikro hat. Weil... Man nichts getrunken hat. Genau. Ach, wie geil ist das denn einfach, wenn man einfach sieht, wo man hinfährt. Wenn man das Fernlicht an hat. Gibt es irgendwas schöneres, als das Fernlicht anzuhaben? Ich glaube nicht. Und da kommt... Watt, wir sind schon bei den nächsten Mautschutz. Okay, das geht dann doch etwas schneller, als ich gedacht habe. Ja. Wir haben schon wieder die nächsten... Fast die nächsten 80 Kilometer rum. Die nächsten 60 Grad. Ja, 60 Kilometer ist jetzt nicht die Welt, ne? Hm. Ich überlege gröd nochmal um dasszag auf die Themen zurück zu kommen, Könnt ihr mir da nochmal etwas lumber hack, vielleicht war ganz links? Ohhohohoho, das war ja mal knapp Ehh... Ach du Scheiße! Wie geil einfach nur Dig ist So, ja, war ganz bewusst was ich sagen wollte, Scheiße. Ach ja, ich wollte noch mal auf die Gesprächsteam zurückkommen. Hm. Na. Weiß nicht, ob du dieser Fußballtrainer Dingens Geschichte da erzählen könntest. Ich hoffe, ich bin eigentlich richtig. Nicht, dass das jetzt irgendwie nur ein Spieler oder das ist gar nicht Fußball, sondern es gibt doch irgendwie andere Vereine, die so heißen. Also wenn dann, sonst wäre ich da, weil ich leider war. Ich kam aber nichts dafür. Ich käme mich damit einfach überhaupt nicht aus. Also überhaupt gar nicht. Nix. Niente. Niente, genau. Ich bin nie eine Ente, nein. Oh Gott. Ich werde mir einfach mal keine Sorgen machen um mich selber. Ja. Best Idee. So. Ähm. Ja. Wie gesagt, ich habe da eigentlich keine Ahnung von. Also. Ich weiß jetzt nur auf ein Fußballspiel und zwar von Nürnberg. Das war noch. Boah, das ist so ewig her, ey. Da war Nürnberg noch in der. Na, okay. So. Wie gesagt, das ist so nicht her. Und Nürnberg in der zweiten Liga war. Das war dann so kurz vor der Aufstieg in die erste. Ich meine die. Äh. Soweit ich da mitbekommen habe, ist das ja ganz im Trend die ganze Zeit zu wechseln. Also. Zweite, erste, zweite, erste, zweite, erste, zweite, erste. Irgendwie so. Naja. Und. Ja. Wie gesagt, da noch schön. Ähm. Freunde, die auch sich sehr. Also. Ein Freund, der, der, ja. Der totale. LOL. Ich dachte echt, da kommt gerade die Polizei. LOL. Was ist das? Die ist an meinem Licht? Upsala. Keine Ahnung. Wollen wir mal ausmachen? Das macht mir Angst. Vielleicht ist das die Polizei. Ähm. Ja. Das könnte wahrscheinlich dran liegen, dass ich so ein bisschen auf Nürnberg getrippt worden bin und so. Und die Bayern. Ich meine, früher war das genau andersrum, weil... Ja, da war ich eher mit Freund befreundet, die totale Bayern-Fans war. Ja. Und naja. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich die Bayern nicht mag, aber eigentlich ist es genauso. Weil ich hab mir damals mal jetzt so mein eigenes Bild von gemacht, warum die eigentlich so gut sind. Und ich sag jetzt einfach mal, dass ich jetzt denke. Ich meine, es wird es bestimmt viele geben, die dagegen springen. Aber es gibt bestimmt noch ein paar, vor Ausgesehen, die mögen Bayern nicht, die dafür sind. Und zwar kaufen sich die Bayern einfach, weil sie stinkreich sind, die ganzen Spieler. Ja. So und nisch anders ist dort. Die kaufen sich die ganz guten Spieler von den anderen Vereinen für scheiße viel Geld, aber weil sie so scheiße viel Geld haben. Das ist so übertrieben, ne? Kaufen sich die guten Spieler, damit diese nicht mehr haben und hocken sie dann auf die Bank. So. Und genau so machen die das. Und deswegen, ja. Deswegen winnen die das auch immer, ne? Die nehmen den anderen Mannschaften einfach die guten Spieler weg. Also. Ist jetzt nicht so, dass... Genau so machen die das und nisch anders, ey. Da gibt's gar nix zu strecken. Sondern natürlich, ähm... Könnt ihr mich in den Kommentaren zahlen eines besseren Belehren? Wenn das nicht stimmt, aber das ist meine Meinung aus den Erfahrungen, die ich jetzt damit gemacht hab. Sind wir schon da? Oder fahren wir nur durch die Stadt? Wir fahren nur durch. Hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert, was etwas früher war. Natürlich schön abstöhnen, wann ich das Tempomat ausmachen muss. So. Außer es weiß, dass es blinkt. Ich bin echt den ganzen Böser. Ja, auf jeden Fall. Hui, ein Hügel! Ja, das muss es jetzt sein. So, ich denke, ich werde dann auch gleich mal eine kleine Aufnahepause machen nach dem Auftrag. Und ja, keine Ahnung, vielleicht später noch mal ein bisschen weitermachen. Vielleicht morgen noch ein bisschen weitermachen. Hoffentlich darf ich morgen noch stumpfer. Ich denke aber schon. Also, nachts bin ich jetzt seit komplett allein, weil meine Schwester schläft. Weil... Äh, ja. Äh, bei meiner Großmutter und dem Großvater, äh. Ähm, ja. Deswegen... Schön. Jerry allein. Yay, Grafikglitches. Yeah. Hihi. Ähm, ja. Jetzt kann man wieder in der dritten Ansichtsperspektive fahren. Die haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Das sehen wir mal, wie klappt, wenn wir da ran sind, irgendwo dagegen so stoßen oder so. Something in that art. Und volle Kölne durch. Nein, natürlich nicht. Was denkt das von mir? Oh, so weit ist das noch. Okay. Das wäre auch ziemlich lustig, wenn der so ganz random, also auch ganz selten und so, einfach mal das Maude-Ticket verlieren würde. Ich würde echt gerne wissen, was da passieren würde. Ich meine, ich... Ja. 14, ne? Kein Führerschein, ich kenne mich mit so was nicht aus. Es würde mich dann doch mal interessieren, was da passieren würde. Vielleicht weiß es einer von euch in die Kommentare damit. Oh Gott. Wenn echt auf alles, was ich sage, in die Kommentare damit geantwortet wird, dann bin ich reich an Kommentaren. Ich bin Kommentarionär. Also nicht Millionen Kommentare, sondern einfach so, weil ich sage auch Kommentar, ich sage auch nicht Kommentar wegen mir, sondern Kom-en-ion-är oder so ähnlich. Irgendwie halt. Ne? schon klar ich fahr auf der Wiese ich weiß so oh, das war das Verkehrsschule es wundert mich auch, dass ich obwohl ich hier so tief in die Gespräche vertieft bin noch auf die das war mir achte ich hätte nicht erwartet, dass ich so lange durchhielt ohne mich zu verfahren so, das stand ja gerade wir müssen links abbiegen, weil die rechte Straße er geht, genau, wir schließen auf die Straßen drauf uff, die Straßen drauf und so ist die Autobahn nur noch zweispurig, aber wir gehen auf die dritte okay, es geht, wir gehen auf die dritte Spur gut, es ist schnell, es ist schnell, es ist schnell es ist schnell, es ist schnell ach ne, wir fahren erst 80 so gehen wir wieder in die inneren Sicht ja, der Moral auf 90 wer ist la pro, ich bin la pro weiß nicht, warum la pro nicht le pro oder der pro aber ich kann oh ja so einfach ist das so, mir ist gerade eingefallen, was ich machen werde wenn ähm komplett keine Kommentare von wegen Spielschirms Spiel Dead Space Spiel Baum Schulen Spiel dann werde ich einfach paar ähm also erstens es werden viel weniger Videos kommen ähm weil es kein Lessplay hat sondern hin und wieder ich denke mal eine in der Woche sollte ich auf jeden Fall schaffen also ein paar Mal in der Woche wird das dann geben ein ähm einfach ein bisschen GTA 4 wahrscheinlich ein bisschen mit dem Trainer oder ein paar Motzen halt draufladen Flachwarnvorstellungen irgendwas in der Art oder meinetwegen auch mal ein paar The L.O.G. ne also da wird irgendwas gemischtes kommen aber total selten also da braucht ihr jetzt nicht denken hm einfach nix schreiben und er macht immer schön L.O.G. hm ne also das auf jeden Fall nicht das wäre die totale Aufnahme der Vorstellung würde ich lieber irgendwie auf dem Mini-Mission-Server oder musste ich gar nicht rüber auf dem Mini-Mission-Server spielen oder so ja wenn doch rüber gemüsst und wenn genau das passiert wenn ich mich nicht auf die Straße konzentriere sondern einfach irgendeine scheiße Lava wie gesagt so ich denke ich werde das auch gleich alles rendern und hochladen heute Nacht noch im Voraus um dann irgendwann zu merken ich habe gar keine Videos mehr da und da ungefähr so wird das am Ende kommen wir fahren einfach mal mitten in der Mitte ich würde mich interessieren ob man von anderen Autos mit durchkommt deswegen jetzt ausprobieren oh was ein Depp ne der sieht genau dass ich hier rausfahren will ne genau fahr mal noch weiter auf fahr mir nicht näher auf du sparten du ne das wird nix Scheiße und dann probieren ob man sich damit vorbeidrängen kann das nicht lustig wäre naja naja ok da würde ich aber vorher speichern weil ähm vielleicht geht die Schreie nach unten und mein LKW wird verpackt und alles kaputt und bar und ähm ja schlecht ne so schauen wir mal auf die größeren Seite um um zu sehen wann wir da sind und zwar bald wir sind schon auf der Autobahn die nach Firenze Firenze führt ich habe keine ahnung wie das ausgesprochen wird ich habe keine ahnung wie das ausgesprochen wird schreie nach wie ich gerade zum Affen weil ok mache ich sowieso aber noch mehr als sonst weil ich keine ahnung wie das ausgesprochen wird so warum hier irgendwie rechts so abgeschnittenen sachen auf der map zu sehen sind habe ich auch keine ahnung ist ebenso ne ich meine es echt schön damit man ein bisschen was sieht aber es ist nicht zugänglich und braucht deswegen auch nicht auf der map zu sein Also, ja, ist jetzt nicht schlecht, dass es auf der Map ist, aber unnötig. Ich meine, ich würde es auch so sehen, wenn ich rechts rausschauen würde, ne? Aber vielleicht ist es ja auch so da, damit man rechts rausschaut, wer weiß, wer weiß. Naja. Da sind wir entfernt, ja. Ach ja, was ich bestimmt viele gefragt habe, ne, ich habe ja vorhin gesagt, ähm, da stehe ich ja natürlich lieber in mein Zimmer. Ähm. Was, spinnt der irgendwie? Alter, ne. Was geht mit denen? Die halten einfach so an, obwohl sie noch locker drüber kommen würden. Und genau das ist KI, ne? Das hätte in echtem Leben niemand gemacht. Echtem Leben hätte jeder nochmal geschaut Gas gegeben und hätte noch schön drüber gekommen. Hätte noch schön drüber gekommen, ne. Genau, und der fährt jetzt über Rot, ne? Ja, ist klar. Ja. Du, das ist nicht mein LKW, ich bin nun schuldig. Wenn es wieder nur ein sehr guter Auftrag wird, dann werde ich auch sauer. Ich kann mir doch keine sehr, zwei sehr gute Aufträge vertragen. Das geht doch nicht. So, wir werden natürlich erst die Fragezeichen in Firenze. Ja, das werde ich jetzt mal scheiße aussprechen. Ähm, angucken. Jo. Da werde ich mal gucken, ob das irgendwie funktioniert, mich ein bisschen Richtung, ähm, Nordafrika auszubreiten. Von den Fahrstrecken her. Wäre ja mal ganz lustig, ne? Fuck. War das der, äh, Aufleger? Nein, zum Glück. Das, ich hab doch vorhin schon 1% Schaden bekommen. What the fuck, man? What the... Ich sollte mir auf die Straße achten. Ich gucke gerade nur noch aufs Navi, weil ich wissen will, wo diese Scheiß vorangezogen ist. Nein, 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 nein. Gut, da komm ich noch drüber, da komm ich noch drüber. So spät zu bremsen. Bäm. Oh ja. Wer ist Lapo? Ach, scheiße, ich bin falsch gefahren. Funktioniert das? Ich meine, ich fahr ja nicht über die rote Ampel, ne? Ja. Wie geil ist das denn? Und deswegen biete ich immer irgendwas von... Holt aus, liebe Kinder, vor. Also, auch wenn jemand schlagt, aber... Ich meine, eigentlich gerade mit dem Eckart. Das reicht doch nicht. So. So kann also etwas passieren können. Ich kann mal in Kameran zu Zeit fahren. Das ist auch gar nicht schlecht oder so. Das ist wirklich sehr beruhigend, diese Ansicht. Das ist einfach so. Ja, das ist jetzt ab. Jetzt meine Lieblingsansicht, mit der fahr ich jetzt immer. Ich sehe es ja noch. Och, die geht eigentlich. Mit der können wir mal ein bisschen fahren. Also nicht lang, nur kurz, ne? So, was ist das Fragezeichen dazu? Können wir mal kurz reinfliegen. Oh, ein Skadiar, ne? Okay, gemacht's gut. Wir können mal gucken, ob es so ein Truck ist. Aber was ist gut? Du mich auch, LKW-Händler. Du mich auch. So. Und das ist was Sohn, das meiner Meinung nach, ist... Das ist ja auch der LKW-Händler. Hier, online kaufen. Das finde ich noch eine ziemlich geile Option, damit man online was kaufen kann. Ich weiß nicht, was man sich darunter vorstellt, weil ich das selber noch nie gemacht habe. Ich könnte mal bis auf mein Spiel schon weiterspielen und das hervorrufen. Ja, ne? Aber... Mal gucken. Hat es halt nicht so viel Bock drauf. Ähm, ja. Wie das man ja online kaufen will, ist eben, ne? Wann das seine eigenen LKWs dann online auch verkaufen kann, oder irgendwie? Wie soll ich denn hier wieder rauskommen? Wir haben sich das doch doch vorgestellt. Oh Gott. Please don't flame the tot, while I'm driving-scheiße. Entmeinen. Das ist richtig fucking ab. Ah, so kommen wir wieder raus. So, nochmal kurz probieren, was das auch auf Geraden geht, weil ich finde das total lustig, dass man einfach so ausweichen kann. Ja, dann haben die den Dricker etwas komisch gesetzt. Damit man über eine rote Ampel fährt. Ich vermute, der wird sich zwischen den beiden Ampeln befinden, also die komplette Straße absperren, sag ich mal. Und... Ähm, ja. Ja, also jetzt vorne ist der Trigger. Trigger, mit D genau. Der Trigger. Und wenn die Ampel rot ist, was er eben aktiviert, das heißt, ähm... Ja, der sieht, wenn ich drüber fahre, dann registriert er, oh, die Ampel war rot und jetzt bekomme ich eine Strafe. Ich vermute, so könnte das funktionieren. Ich vermute, so könnte das funktionieren. Das war nur eine Vermutung. Weil, ja. Ich weiß nicht. Das macht mir einfach Spaß, mir zu überlegen, wie die Entwicklersspiel, ähm, ja, so diese ganz kleinen Sachen geschafft haben. Zum Beispiel Ampeln. Das ist mir über rote Ampel nicht fahren kann, am Anfang von Trigger. Der kennt, wenn es rot ist und dann, dann bekommen wir es mit einer Strafe. Deswegen, das würde auch erklären, warum er nebendran vorbeifahren kann. Es kann sein, dass es irgendwie anders und komplizierter gelöst oder leichter gelöst ist, aber das wäre das erste, was mir in den Sinn kommen würde, von dem, was ich bis jetzt weiß, über, ähm, Schreiben. Ist da keiner drin? Doch, da saß einer drin. Da saß einer drin, ich glaube, das war es halt. So, noch ein paar, und dann war es erst mal für die Aufnahme. Außer ich habe jetzt die 50.000, beziehungsweise außer ich kann mir das LKW kaufen. Gucken wir jetzt, ich filme noch bei verschiedenen Händlern vorbei, gucken mal. Ich muss den Aufnahme eigentlich abgeben. Vielleicht hat er noch Zeit zu pennen. Oh, das war ein Screenshot, fuck. Ich soll die Screenshot-Taste wegmachen. 15 Stunden. Ich weiß, ob das reicht, aber ich gehe das jetzt wieder lieber nicht rein. So, und der Auflieger betreibt da wieder. Aber jetzt ist es wie bei Obi. So, ich möchte jetzt natürlich auch fragen, warum magst du das denn nicht hinterher außen an sich? Es ist viel leichter. Genau deswegen nicht, weil ich auch eine kleine Herausforderung spielen will. Das ist doch blöd. Genau, und deswegen habe ich noch Battlefield 3 auch schwer ausprobiert, ne? Ist klar. Man muss echt sagen, ich habe echt gedacht, pfuh, das ist ja gar nicht so schwer. Aber, ähm, nur weil diese Tutorials so was von einfach ist. Ja. Hohoho. Ist ja total perfekt, auf jeden Fall. Oh ja. Next Level, Bitches. So. Wir haben... 46.000 dran. Wir holen uns jetzt ein bisschen Geld. So. Ich kann nicht, wie das funktioniert. Das ist der erste Kredit, den ich mir in das Spiel hole. Achso, ich habe jetzt 280 Tage Zeit, um das zurückzuzahlen, glaube ich. Jetzt kriege ich meinen LKW-Händler. In... Nürnberg. Ne, das Volvo. MAN. Geht das? Ne. Ja, ich würde gerne in den LKW-Händler gucken. Also, das könnte sich jetzt etwas falsch anhören. Aber, so habe ich das nicht gemeint, wie ihr das jetzt meint. So, ich muss hier wieder gescheit hinungen. Aua. Das war der Stuhl. So, ich glaube, das ist schon der billigste. Komm. Ach, ne, der kostet 100.000. Okay. Ich habe schon gewundert. So, der kostet 140. Ich glaube, wir werden es nur noch teurer. 110. Dann geht es alle durch. Hm. Wut? 104. Ach, du Scheiße. 250. 180. 155. Das war schon der billigste. Kann ich da noch irgendwas abbauen? Genau. Genau. Sollte der ein bisschen... Genau, jetzt kostet es noch 98.000. Komm, dann können wir noch irgendwas ändern. Billiger wird. Ohne hier waren wir. Ohne hier waren wir, oder? Ohne hier war. 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 Noch billiger. Verstetigen. Ach so, dafür ist er wieder teurer. Fuck. Okay. Haha. Bist schon gespart. Die brauchen wir hier gar nicht. Kann ich abmachen? Achso, hier. Da ist aber gar nichts dran. Ah, ich glaube, ich... Ah, okay. So. Am Korb bestätigen. Das ist jetzt die ganz blöde Idee. Und genau deswegen werde ich noch mal zur Bank gehen. So, das könnte ich jetzt, ob ich das kulturelle Spiel verkackt habe. Wenn ich jetzt keinen zehntausende Kredit mehr bekomme. Wir werden sofort wieder verkaufen. Leider. Weil mit ein paar Dollar komme ich nicht weit. Ja. So. Auf Voraussicht ist erstmal der letzte Part. Wenn ihr sehen wollt, ob ich es noch aus dieser Krise schaffe. Ja, ne. Das wird wahrscheinlich erstmal nicht passieren. Aber ich glaube, das ist nicht so nett. Und... Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen dieses Let's Play. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Ja. Wie gesagt, erstmal vorerst beendet. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja.